Herr Präsident, werte Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Ja, mehrfach angesprochen gilt es zu Beginn einige Repliken von mir zu geben. Und der Kollege Amon musste ja bei eurem persönlichen Respekt schon eines mit auf den Weg geben, nämlich auch in Richtung kommende Debatte zum Asylgesetz. Wir haben derzeit alle rechtlichen Möglichkeiten, um jeden Fremden an der österreichischen Staatsgrenze zurückzuweisen, der kein Recht hat, hier nach Österreich zu kommen. Nur die Instrumente, die uns bisher gegeben sind, geltenes Recht, national wie international, wurden von eurer SPÖ-ÖVP-Regierung nicht zur Anwendung gebracht. Das ist Faktum. An dem kommen wir nicht vorüber. Und deswegen auch unsere klare Meinung zu diesem Placebo-Asylgesetz, das nichts anderes sein wird, wenn wir es heute auch debattieren im Detail, als ein Flickwerk des Asylrechts, das halbjährlich aufs Neue auf die österreichische Bevölkerung losgelassen wird, schlussendlich aber dazu führt, dass alle Regeln, die gegeben sind, niemals durch euch zur Anwendung gebracht wurden. Ja, und darüber werden wir uns aber noch im Detail dann etwas später unterhalten. Des Weiteren darf ich gleich eingangs den Herrn Bundesminister für Inneres direkt ansprechen und mich auch dafür bedanken, wie geradlinig Sie das jetzt auf den Punkt gebracht haben, dass es prioritär sein wird, den Schutz des Eigenheims hervorzustreichen, auch in Ihrer Tätigkeit. Das verstehe ich aber auch in der Form und wir nehmen Sie dabei beim Wort, dass es keine Verschärfung des österreichischen Waffenrechts geben wird, Herr Bundesminister. Nun, mir ist es wieder einmal so, dass wir eine nicht so unwichtige Debatte zu einer Regierungsumbildung hier im Hohen Haus haben und wer fällt hinter mir auf der Regierungsbank? Der Bundeskanzler. Es wundert ja niemanden, dass er wieder einmal gegangen ist, wenn es darum geht, die Geschicke des Landes zu gestalten und Personen hier ins Amt einzuführen, die hier eine wesentliche Verantwortung für die Sicherheit in unserem Land haben werden. Und ich bin derzeit noch zuversichtlich, ja, auch die Chance hoffentlich nutzen werden im Sinne unserer Bevölkerung, im Sinne unserer Heimat, im Sinne der Bediensteten, der Sicherheitsexekutive, diese Verantwortung auch in Daten umzusetzen. Herr Bundesminister, diese Chance haben Sie, diese sollen Sie auch haben und ich hoffe wirklich auch als Staatsbürger, dass Sie sie nutzen werden, Herr Bundesminister. Ich möchte ein Zitat bringen, das in den letzten Tagen sehr interessant den Weg durch die österreichische Medienlandschaft genommen hat und sehr gut beschreibt, in welchem Zustand sich die österreichische Bundesregierung befindet. Ich zitiere. Und das passt auch gut zur Abwesenheit von Herrn Bundeskanzler. Er ist der Meister des Verdrängens, des Verschleppens und des Wegduckens. Und Sie alle wissen, dass von Herrn Bundeskanzler Faymann hier die Rede war, als der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll seine Definition von Herrn Bundeskanzler und dessen Amtsverständnis gebracht hat. Ich glaube, eine sehr richtige Definition. Und es ist normalerweise nicht meine Art in Abwesenheit, sehr kritische Worte über Personen zu finden, aber wenn er gegangen ist, kann ich nichts machen, dann werde ich es ihm halt hier über das Rennerpult auch ausrichten. Sie, Herr Bundeskanzler Faymann, sind in Wahrheit das eigentliche Problem dieser österreichischen Bundesregierung. Und ich weiß nicht, ob Sie es getan haben. Sie hätten es auch in den letzten Tagen tun können. Hätten Sie in die Augen Ihrer Genossen gesehen, die hier auch im Hohen Haus sitzen, hätten Sie genau das auch erkannt, Herr Bundeskanzler. Denn ich glaube, viele der Genossen hier im Hohen Haus sehen das gleich, dass Sie das eigentliche Problem in dieser Regierung sind und deswegen hier ein Stillstand in Österreich seit Jahren gelebt wird und die eigene Bevölkerung dabei auf der Strecke bleibt. Die Ruhe aus dem SPÖ-Bereich bestätigt mich hier in einer gewissen Art und Weise. Dass durch die realitätsferne Willkommensunkultur die österreichische Bevölkerung sich heute wohl eher gewünscht hätte, eine Regierungsumbildung in der Art, dass Herr Bundeskanzler Faymann seinen Rücktritt erklärt, ist damit selbstredend. Und in dieser Erklärung, die er heute von sich gegeben hat, hätte er sich auch gleichzeitig dafür entschuldigen können, welche politische Fehlleistungen er in den letzten Jahren getätigt hat, angefangen von A wie Arbeitslosigkeit bis hin zu Z wie Zuwanderung. Und diese unkontrollierte und damit illegale Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls ist es auch, hinter der sich zumindest der Bundeskanzler im letzten Jahr in seiner höchstpersönlichen Stillstandspolitik selbst versteckt hat, aber gleichzeitig auch allen noch Anwesenden oder auch nicht mehr Anwesenden Regierungsmitgliedern die Handschellen angelegt hat. Es wäre auch gleichzeitig an Ihnen gewesen, werte Damen und Herren der Regierung, sich von diesen Handschellen selbst zu befreien und aktiv zu werden. Sich nicht von einem Bundeskanzler ohne Volk hier reglementieren zu lassen und endlich auch für die Republik Österreich etwas weiterzubringen. Und wir Freiheitliche wissen es, ich glaube der Großteil der Abgeordneten hier im Hohen Haus inklusive der SPÖ-Abgeordneten weiß es, die Regierungsmitglieder auf der Regierungsbank wissen es und natürlich weiß es auch das österreichische Volk, dass der Herr Bundeskanzler sich in einer amerikischen Einladungspolitik an die Migranten aus aller Herren Länder verrannt hat. Nach wie vor auf eine Hilfe, auf eine Unterstützung der Europäischen Union hofft und dabei immer wieder vergisst, dass er selbst mit seinen Regierungskollegen und als Staats- und Regierungschef die Verantwortung hätte, hier endlich seinen Worten Daten folgen zu lassen. Wenn wir eines aus den letzten Jahren wohl gelernt haben, dann, dass wir, wenn wir uns auf die EU verlassen, selbst verlassen sind. Dass wir nur selbst die Zügel in die Hand nehmen können und eines natürlich uns vor Augen führen müssen, dass es auch dieser Bundeskanzler war, der seine Regierung dazu angehalten hat, mittlerweile rund einer Million Menschen nach Österreich zu bringen, unkontrolliert, unregistriert, wenn sie hier waren, zum Großteil durch Österreich durchzuschleppen und das rechtswidrig, dass mit dieser einer Million Migranten Terroristen und Schwerstverbrecher den Weg nach Österreich gefunden haben. Wie wir tagtäglich, wir, tagtäglich aus den Medien entnehmen können, die Opfer mittlerweile tagtäglich am eigenen Leib verspüren müssen. Dass diese Regierung unter Bundeskanzler Faymann in der gleichen Zeit Polizeiposten zugesperrt hat und gegenüber Asylquartiere aufgemacht hat. Dass an allen Ecken und Enden, quer von der Polizei bis hin zum österreichischen Bundesheer, der Sparstift angesetzt wurde, um hier der Sicherheit der österreichischen Bevölkerung in den Rücken zu fallen. Und ich unterstreiche es hier noch einmal, Herr Kollege Pendl, ich habe das schon beim letzten Mal in der Debatte zur Sicherheitspolitik gesagt, es geht wirklich nicht darum, ein Sicherheitsgefühl zu vermitteln, sondern es geht darum, mit der Politik hier Sicherheit in Österreich zu gewährleisten. Und das ist ein riesiger Unterschied, wenn man sein politisches Verständnis hier auf den Punkt bringen will. Und deswegen, Herr Bundesminister, sage ich Ihnen, es gibt eine Vielzahl an Notwendigkeiten, die hier in Umsetzung zu bringen sind, Herr Bundesminister Sobotka. Eine Vielzahl an Notwendigkeiten, Herr Finanzminister, eine Vielzahl an Notwendigkeiten, auf die die österreichische Bevölkerung schon sehr lange und zurecht wartet. Wenn wir von Grenzkontrollen sprechen, von Grenzsicherung sprechen, dann sollten diese Worte natürlich auch in Fakten abgebildet sein. Dann hat es hier notwendige Maßnahmen auch an der Grenze zu geben, in Absprache auch mit dem Landesverteidigungsminister hier die grüne Grenze gesichert zu werden, damit es hier auch, so wie es notwendig wäre, einen absoluten Asyl- und Zuwanderungsstopp innerhalb der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen gibt. Und, Herr Bundesminister, die EU-Schlepperei und die verantwortungslose Zuwanderungspolitik der Europäischen Union, wie sie nach wie vor vorangetrieben wird, dieser Zuwanderungspolitik gehört entschieden entgegengetreten durch ein selbstbewusstes Auftreten der Republik Österreich im Bereich des Asyl- und Zuwanderungsrechts. Nicht so, wie es bisher oft der Fall war, dass man sich im Normalfonds von der Europäischen Union hat alles ausrichten lassen, bis hin zu dem unzähligen EU-Türkei-Deal. Sie wissen, was ich anspreche, der dazu führen wird, dass in Zukunft mit österreichischem Steuergeld der österreichische Steuerzahler dafür Sorge zu tragen hat, dass beispielsweise portugiesische Beamten entscheiden werden, wann wie viele weitere Migranten den Weg nach Österreich finden werden, um auch wieder auf der Schulter der österreichischen Bevölkerung abgeladen zu werden. Das heißt, hier sind eine Vielzahl von Aufgaben anstehend, die Sie zu bewältigen haben. Wie eingangs gesagt, wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Chance ergreifen und nutzen, hier die österreichische Sicherheitspolitik zu einer selbstbewussten Sicherheitspolitik zu machen und im Sinne der österreichischen Bevölkerung, im Sinne Ihrer Bediensteten, der Sicherheitsexekutive, auch Handschlagqualität zu zeigen und die notwendigen Maßnahmen auch umzusetzen. Alles Gute. Das war Gernot Dahmann von der FPÖ, nächste Redner.